Majori Ramp war eine US-amerikanische Film- und Theaterschauspielerin, Leben. Majori Ramp stand seit ihrem 12. Lebensjahr auf der Bühne und avancierte in den 1910er und 1920er Jahren zu einer gefragten Broadway-Schauspielerin, die beispielsweise von September 1916 bis April 1917 286 Mal für das Stück Cheating Cheaters von Max Marcin auf der Bühne stand. 1917 gab sie ihr Film-Debüt in The Greater Woman. Nach einigen weiteren Streifen kehrte sie zunächst an das Theater zurück, um mit dem Aufkommen des Tonfilms eine zweite Karriere zu beginnen. Sie wurde zweimal als beste Nebendarstellerin für den Oscar nominiert, 1940 für ihre Darstellung als Prostituierte und Mutter von Ginger Rogas in Primrosepet und 1953 für ihre Darstellung der Filmmutter von Joan Crawford in Herzen im Fieber. Abseits vom Showgeschäft führte Ramp ein vom Schicksal verfolgtes Leben. Durch einige Verkehrsunfälle in die sie involviert gewesen war, hatte ihre Gesundheit gelitten, so dass sie sich ab Ende der 1950er Jahre ins Privatleben zurückzog. Sie war dreimal verheiratet unter anderem mit dem Autor Willard Mack. Heute erinnert ein Stern auf dem Hollywood Walk of Fame an die Schauspielerin. Filmografie 1917 The Greater Woman 1930 Die Fremde Mutter 1931 Yvonne 1931 Herz am Scheideweg 1931 Laughing Sinners 1933 Men's Castle 1937 First Lady 1938 Uns geht's ja prächtig 1939 Nacht über Indien 1940 Primrosebeth 1941 Tabakstraße 1943 Die Hölle von Oklahoma 1953 Herzen im Fieber 1957 Tödlicher Skandal 1957 Der Mann mit den 1000 Gesichtern Märty